Das ist eine typische Einsteigeruhr. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Aber was ist eigentlich eine Einsteigeruhr? Herzlich willkommen bei meinem Videopodcast, bei dem es heute um Einsteigeruhren geht und was sie bedeuten könnten, was sie für mich bedeuten und was sie auf keinen Fall bedeuten. Zumindest glaube ich, dass sie das auf keinen Fall bedeuten. Fangen wir mit diesem Teil an. Ich denke, eine Einsteigeruhr ist nicht die klassische Uhr für ungebetene Besucher, die mal bei mir einsteigen und dann meine Uhr mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das die klassische Einsteigeruhr ist, auch wenn das vom Begriff her, denke ich, ganz gut gepasst hätte. Ich glaube definitiv nicht, dass man sich ganz bewusst eine solche Einsteigeruhr kauft oder empfiehlt. Aber was bedeutet es denn dann sonst? Nun, eine Einsteigeruhr ist, glaube ich, nach allgemeinem Verständnis die Uhr für jemanden, der in das Thema Uhren sammeln, in Quarzuhren, mechanische Uhren einsteigen möchte, also kurz vor dem Anfang steht oder aber schon lange dabei ist und irgendwann eingestiegen ist. Und das sind aus meiner Sichtweise zwei unterschiedliche Szenarien. Wer schon in der Uhrenwelt ist, seine Leidenschaft entwickelt hat, ist irgendwann eingestiegen. Und oft ist es so, dass man Sammler trifft, die mit gleichen oder ähnlichen Modellen eingestiegen sind. Sei es die typischen Seiko Sportmodelle, robust, erschwinglich, wirklich in der Preisklasse gut aussehend, extrem vielfältig, für jeden Geschmack war es dabei. Ich glaube schon, dass viele mit diesen Modellen tatsächlich in die Uhrenwelt eingestiegen sind. Vielleicht auch mit einer Orient, wobei die wesentlich seltener ist und auch spezieller von der Marke her. Aber Seiko, Citizen, vielleicht eine Swatch, vielleicht eine G-Shock. Das sind alles Uhren, von denen ich mir vorstellen kann, dass die Uhrenleidenschaft damit begonnen hat. Allein ob der schieren Masse dieser Uhren am Markt. Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer dieser Uhren angefangen hat, wenn es nicht die Konfirmations- oder Kommunionsuhr ist, die diese Leidenschaft schon geweckt hat, die dann vielleicht etwas Besseres ist. Hier hat man dann vielleicht eine Junghans bekommen oder vielleicht auch eine Nomos oder irgendetwas in dieser Art. Aber das sind, glaube ich, nicht Uhren, mit denen die breite Masse oder die Mehrzahl in die Uhrenwelt eingestiegen ist. Insofern könnte man hier tatsächlich sagen, dass es ein Segment der klassischen Einsteigeruhren gibt, die sich dadurch qualifizieren, dass sie vielfältig, robust, erschwinglich, jederzeit verfügbar sind und einer breiten Masse bekannt. Ich denke, Seiko als Uhrenmarke kennt wirklich jeder, wenn man dann Frederic Constant nimmt, andere Preisklasse, ich weiß. Aber das kennt, glaube ich, niemand, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Seiko hingegen ist so ziemlich allgegenwärtig und auch Leuten bekannt, die mit Uhren nichts am Hut haben. Ich will nicht sagen, so bekannt wie Rolex, aber Rolex ist, ob des Preises, denke ich, definitiv keine typische Einsteigeruhr. Und neben dem Preis kommt jetzt natürlich auch noch die Verfügbarkeit dazu. Also das ist nichts für jemanden, der anfängt. Seiko, Citizen hingegen, absolut gute, verlässliche Uhren, jederzeit verfügbar. Zwei Klicks auf Amazon und ich habe sie. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ist unter Sammlern, wenn Sie darüber sprechen, eine klassische Einsteigeruhr. Was ist aber mit jemandem, der gerade erst anfangen möchte? Würde ich dem meine allererste Uhr empfehlen? Habe ich sie noch? Habe ich sie vielleicht verkauft? Habe ich irgendwann festgestellt, dass mir das eine oder andere an der Uhr nicht gefällt? Was würden wir als Sammler jemandem, der gerade sich mit dem Thema beschäftigen möchte, empfehlen? Also ich für meinen Teil bin da schon oft gefragt worden und habe nie sofort eine Empfehlung rausgehauen. Bei mir kam erstmal eine ganz lange Liste mit Fragen. Was bist du für ein Typ? Was möchtest du tragen? Wofür soll die Uhr sein? Willst du sie auch zum Sport anhalten? Gehst du mit der Uhr schwimmen? Gehst du mit der Uhr duschen? Willst du damit flexen? Oder geht es dir um die inneren Werte der Uhr? Was genau ist deine Antriebsfeder, eine Uhr zu kaufen? Und dann war das, bei meinem Patenkind zum Beispiel, war das der Fall. Das war ein relativ langes Gespräch. Ich glaube 45 Minuten, eine Stunde haben wir hin und her überlegt, was denn genau seine Uhr sein könnte. Das Ende vom Lied ist, es ist eine Junkers geworden, die er heute nach fünf Jahren immer noch hat, immer noch gerne trägt. Ich denke, das war eine extrem gute Einsteigeruhr für ihn und er hat auch danach noch zwei, drei, vier weitere Uhren bekommen. Nicht ganz so die Leidenschaft entbrannt wie bei mir, aber es ist nicht bei einer geblieben und die erste hat er immer noch. Das war eine perfekte Einsteigeruhr. Bedeutet das, dass es die Einsteigeruhr für alle nicht gibt? Das kann ich nicht beantworten. Es gibt mit Sicherheit viele gute Uhren, die ich jedem bedenkenlos empfehlen könnte. Dazu gehört selbstverständlich auch Psycho Sport, dazu gehört Citizen, dazu gehören aber auch die Iron Any bzw. die Zeppelin Modelle. Dazu gehören einige andere Marken, die man so vielleicht nicht auf dem Radar hat und die trotzdem aus meiner Sicht funktionell, qualitativ gut und auch im Service verlässlich sind und deshalb einen Einsteiger nicht vor übertriebene Probleme stellen. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für jemanden, der mit dem Thema gerade anfängt. Was wird später aus der Uhr? Wie gehe ich damit um? Kann ich die zu jedem Uhrmacher bringen? Muss ich die irgendwo hin einschicken? Wird die nur vom Service Center des Herstellers gewartet? Muss sie überhaupt gewartet werden? Und wenn ja, in welchen Intervallen ist da vielleicht eine Quarzuhr deutlich angesagter als eine mechanische Uhr? Insofern ist das bei jemandem, der anfängt, gar nicht so leicht, wie für uns als Sammler der Rückblick ist. Womit habe ich angefangen? Daher denke ich, wenn jemand in das Thema einsteigen möchte, ist eine Massen-Quarzuhr mit einem nicht allzu auffälligen Design von einem bekannten Hersteller eine absolut gute Wahl. Wenn man etwas tiefer in das Thema einsteigen möchte, dann kommt man um ein Gespräch mit Fragen und ein paar mehr Details, glaube ich, nicht herum, um dann für diesen Einsteiger seine Uhr zu finden. Das ist mein Blick auf die Einsteigeruhren, die es in dem Rückblick für jeden von uns gibt, in dem Vorblick für jemanden, der gerade anfangen möchte, nur bedingt. Insofern kann ich mit dem Begriff Einsteigeruhren zwar sehr gut etwas anfangen, verwende ihn aber sehr, sehr vorsichtig und in der Hauptsache auf mich selber im Rückblick auf meinen Einstieg. Wird mich brennend interessieren, wie ihr das seht, ob ihr Einsteigeruhren empfehlt, wenn ja welche und vor allen Dingen auch an wen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis dahin bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Tschüss, euer Axel.